Ja, moin moin, meine Diggas und Diggurinas, ein neues Video hat Ubisofts Hallen verlassen und zeigt uns den neuen Operator namens Jakal, beziehungsweise Rayad Ramirez Al-Hazar. Auch zeigt es uns die Fähigkeit, wir wissen nun auch, welcher Spezialanheit er angehört, und zwar der GEO. Diese ist für das Vereiteln politischer Anschläge zuständig und wird im Kampf gegen den Drogenschmuggel eingesetzt. Sein Gadget? Eine Art Schwarzlicht, welches Fußspuren aufdecken kann. Wie oft man das nutzen kann und ob es nur Fußspuren aufdeckt, werden wir bald erfahren. Gute Waffen hat er am Start, da wären die beiden Primärwaffen C7E und PDW-9. Zum Einsatz kommen die Sekundärwaffen ITA-12S, leider kein Bild vorhanden, und USP-40. Alle Hintergrundinfos zum Operator findet ihr in der Videobeschreibung. Auch bin ich gespannt, wie der Rest seiner Ausstattung aussieht. Ich gehe mal davon aus, er wird drei Punkte in Geschwindigkeit und einen in Panzerung erhalten, aber das ist leider natürlich alles noch Theorie. Ich schätze mal, man will mit diesem Operator den rohmenden Defendern Einhalt gebieten. Aber was meint ihr? Attacker oder Defender? Und wie findet ihr die Fähigkeit von ihm? Das würde mich mal interessieren. Ab damit in den Kommentaren. Ich bin jetzt raus. Tüdelü.